Onkel Robert, Onkel Robert, ist der Strom ausgefallen? Was ist Blackout? Was ist das? Nein, nein, der Strom ist nicht ausgefallen. Wir können nur zeitweise nicht kochen, kein Licht einschalten oder auf den Fernseher nicht. Aber der Strom ist doch nicht ausgefallen. Blackout ist doch eine Verschwörungstheorie. Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu dem Video. Herzlich willkommen, wenn euch der Content gefällt, neu seid, gerne ein Abo lassen, das unterstützt mich. Ihr seht im Hintergrund auch schon direkt die erste Nachricht. Die sind ein paar Tage alt, über die haben wir schon gesprochen in einem Video zuvor. Zitat von dem obersten Katastrophenschützer hier, der Ralf Thiesler, der ist nämlich seit Juni Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Also nicht unwichtig, für die Vorbereitung und die Vorsorge zuständig und sagte nämlich in dem Weltinterview, Zitat, wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird. Hat er die Wahrheit gesagt? Hat er übertrieben? Das Ganze steht jetzt im Raum als Frage, denn, so wie es jetzt in der Presse nämlich heißt, gestern Abend, Zitat, Rückzieher vom Katastrophenschutz will Faser Blackout-Warnung vertuschen, stellt hier die Bild nämlich die Frage, weil die wieder ein paar Informationen zugespielt bekommen haben. Und es ist ganz interessant, denn es heißt hier in diesem Artikel, versucht das Innenministerium die Energiekrise zu beschönigen, Innenpolitiker diskutieren, warum eine Behörde des Ministeriums von Nancy Faeser Warnungen vor Stromausfällen im Winter kurz darauf zurücknahm. Und ihr habt richtig gehört, Leute, diese Warnung, die ich gerade eben nochmal vorgelesen habe, heißt nämlich hier, einen Tag später rudert das BBK zurück. Es handelt sich um eine missverständliche Formulierung. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Was ist denn daran missverständlich? Nochmal das Zitat. Wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird. Okay, in Klammern, nicht für die Regierung und andere Politiker, könnte man jetzt vielleicht böse noch dazu sagen. Oder es wird nur in verschiedenen Regionen sein. Vielleicht hätte es eine Einschränkung sein müssen. Ich weiß es nicht. Das Krasse ist halt wirklich daran, wie auch die Opposition sagt, speziell der CDU-Politiker Alexander Trom, der sagte nämlich zur Bild, dass er das so nicht glauben kann, was hier wieder mal abläuft und dass dies fahrlässig falsche Warnungen von Blackouts verbreite. Zitat, offensichtlich musste bei seinen Aussagen zurückrudern. Niemand weiß, welche Aussage nun stimmt. Und genau das ist die richtige Kritik, die ich ja gerade eben auch angemerkt habe. Was stimmt denn jetzt? Bekommen wir jetzt Blackouts? Ist die Wahrscheinlichkeit da? Ja oder nein? Oder will man jetzt hier die Bevölkerung wieder ruhig halten? Hat das zu große Wellen geschlagen? Was ist hier los? Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Aber das BBK selbst äußert sich zur Ausfrage, ob es Druck vom Ministerium aus gab. Nicht. Allerdings sagt ein Sprecher, Zitat, ein großflächiger Stromausfall ist in Deutschland äußerst unwahrscheinlich. Und zu internen Abstimmungsprozessen gibt es keine Auskünfte. Und ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, werden wir in diesem Winter in Deutschland einen Blackout sehen, ja oder nein? Gucken wir direkt weiter. Quoten, Quoten, so empfinde ich das. Also das kannst du dir einfach nicht mehr ausdenken, was hier passiert, was hier abgeht, dass du aufgrund deines Geschlechtes, nicht aufgrund deiner Leistung dann solch einen Orden bekommst. Ich finde das einfach nur noch traurig. Das nimmt doch von solch einem Orden auch wirklich die Wichtigkeit weg. Wollen die das absichtlich machen? Aber wenn man sich sowieso anguckt, wer und wie viele Leute in den letzten Jahren so diese Auszeichnung in Deutschland bekommen haben, meiner Meinung nach wird es komplett inflationär vergeben. Ja und passend dazu ist dann auch noch diese Nachricht hier aus der Welt, Frauenproblem der Liberalen. Jetzt kommt die Quote auch bei der FDP auf die Agenda. Und wir wissen das ja mittlerweile, das gibt es ja in zahlreichen der Parteien, dass eine Frauenquote besteht. Bei den Grünen hat das glaube ich ja, wenn ich mich richtig erinnere, angefangen und dass dann teilweise wirklich Leute aus ihrem Amt rausgenommen wurden oder gar nicht erst auf die Wahlliste draufgekommen sind, auf Landeslisten oder sonstige Listen, um gewählt zu werden, sondern erster Platz Frau, dann Mann, dann Frau, dann Mann. Das kannst du dir noch nicht mehr ausdenken. Warum denn nicht qualifizierte Person 1, qualifizierte Person 2, qualifizierte Person 3? Ja gut, vielleicht je nach Partei hat man keine qualifizierten Personen. Aber das würden nur böse Stimmen sagen. Und wenn man sich das überlegt, dass die FDP jetzt hier offensichtlich mit diesem Thema auch anfängt, also ich für meinen Teil, das könnt ihr für euch gerne mal in die Kommentare schreiben, ich werde keine Partei wählen, die eine Quote hat. Das passt mir nicht. Ich möchte die bestqualifizierteste Person, weil er sich gut artikulieren kann, weil er sich in den Themen auskennt, weil er sich gut verhalten hat. Aber da ist mir das Geschlecht egal. Ob der sagt, ich habe 17 Geschlechter oder was weiß ich, blickt da ja gar nicht mehr durch oder sich als sonst was identifiziert, kann er machen. Interessiert mich nicht. Wenn die Leistung stimmt, die Arbeitsqualität muss korrekt sein, da ist mir doch egal, was der abends, nach 22 Uhr zu Hause mit wem auch immer macht. Und ganz interessant ist von der jungen Dame, 33 Jahre alt, Bundestagsabgeordnete von der FDP und das ist die Fraktions-Vize-Chefin, das ist die Gide Jensen aus Schleswig-Holstein. Und die sagt nämlich was ganz richtiges. Zitat, am Ende werden Frauen mit Macht in bestimmten Köpfen immer Quotenfrauen sein. Und dieses Gefühl habe ich bei zahlreichen Frauen, wenn ich mir die aktuelle Politik angucke. Ich nenne mal Positivbeispiele, bei denen ich weiß, dass sie nicht wegen Quote, sondern wegen Intelligenz, wegen guter Äußerungen und wegen ihrer Arbeitsqualität in Ämtern sind. Das ist Frau Wagenknecht und das ist zum Beispiel Frau Weidel. Aber bei manch anderen und anderen Parteien bin ich mir dann nicht so sicher, ob sie nicht doch einfach nur wegen einer Quote und ihrem Geschlecht in der Position sind, in der sie aktuell sind. Okay, wie schlage ich jetzt den Haken zu der Dame, ohne dass mir was unterstellt wird? Unsere beste Außenministerin, qualifiziert und überqualifiziert, möchte man ja schon fast behaupten, bis zum geht nicht mehr. Annalena Baerbock sagt UN-Missionen auch nach Mali-Abzug Unterstützung an. Frau Baerbock verschenkt wieder deutsche Steuergelder auf unsere Kosten und mit vollen Händen wird das Geld wieder rausgehauen aus dem Land. Das kannst du dir doch wirklich nicht mehr ausdenken, Leute. Uns geht es schlecht. Uns geht es grottenschlecht in diesem Land. Es ist wirklich zum Heulen und zum Verzweifeln, was hier passiert. Und da passiert jetzt endlich mal etwas, weil so ein Auslandseinsatz für die Bundeswehr, der ist nicht günstig. So, und dementsprechend ist das ja eine Einsparung, die dadurch stattfindet. Aber was passiert? Gleichzeitig kommt Baerbock um die Ecke. Nö, kein Problem. Unterstützung wird zugesagt. Und ich würde gerne mal eine Liste sehen. Könnt ihr mal recherchieren. Vielleicht gibt es ja so eine. Ferris, wenn du siehst, schick mir gerne etwas zu. So, gibt es eine Liste, wie viel Geld Frau Baerbock in diesem Jahr alleine an das Ausland schon verteilt, zugesprochen oder auch versprochen hat? Das sind doch mittlerweile Dutzende Länder. Oder habe ich da eine falsche Erinnerung? Weil immer wieder kam es doch, ja, da unterstützen wir, da machen wir was, da ist eine Fluthilfe. Nein, nicht im Ahrtal, im Ausland und so weiter und so fort. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Und dann heißt es hier, auch nach Ende des Auslandseinsatzes der Bundeswehr in Mali will sich die Bundesregierung für ihren Friedensmissionen stark machen. Das kündigte Baerbock an. In der instabilen Sahelregion wolle Deutschland etwa sein Engagement ausbauen. Ja, Prost Mahlzeit. Wir zahlen es ja. Ach Leute, und dann kommt als nächstes Friedrich Merz von der CDU um die Ecke und übt Kritik, die man gut finden kann und die ich persönlich auch wirklich gut finde. Allerdings, sorry, aber wenn solche Kritik vom Friedrich Merz kommt, der mit den Grünen doch so gerne koalieren würde, kann ich das irgendwie nicht vervollnehmen. Aber ihr könnt eure Wahrnehmung mal gerne reinschreiben. Und dann heißt es nämlich heute in der Welt, Merz kritisiert personelle Aufstellung von Habecks Wirtschaftsministerium. Und das ist berechtigte Kritik, wie ich ganz klar finde und gerade eben schon angemerkt habe. Denn, er sagt hier ganz klar, Zitat, dann darf man sich nicht darüber wundern, dass solche handwerkliche Fehler passieren, wie wir sie im Laufe des Sommers gesehen haben. Und Bezug nimmt dann nämlich hier auf die Situation um die Gasumlage, Gaspreisbremse und so weiter, die ganzen Situationen. Und moniert nämlich hier, dass die Besetzung der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium sei aus seiner Sicht nach ideologischen Grünen Voraussetzung erfüllt. Nicht die Opposition regiert dieses Land, sondern die Bundesregierung. Und da muss die Bundesregierung akzeptieren, dass wir auf diese handwerklichen Fehler, die sie ja nun unstreitig gemacht hat, auch hinweisen. Da hat er vollkommen recht. Und wenn man sich natürlich die Lebensläufe und so die verschiedenen Kandidaten, Staatssekretäre, gerade im Wirtschaftsministerium, aber auch im Außenministerium, eine zahlreiche in anderen Ministerien anguckt, da fragt man sich wirklich, wo ist da die Kompetenz geblieben, die ist meines Erachtens nicht vorhanden, wie sie da sein sollte. Denn ich bin fest davon überzeugt, wenn wir in diesen wichtigen Positionen Kandidaten hätten, die von ihrem Jetier Ahnung haben, dann würde die Situation in Deutschland gänzlich anders aussehen. Aber, da frage ich jetzt den Herrn Merz ganz klar, warum geht er denn eine Stufe zurück und bemängelt die ausgewählten Kandidaten in den Ämtern, sprich die Staatssekretäre beispielsweise, die Minister selber muss man ja ebenso kritisieren. Oder was hat der Herr Robert Habeck mit Wirtschaft zu tun? Hat er mal BWL oder VWL oder ähnliches, Business Administration beispielsweise, studiert? Wäre ihm er neu. Er ist Schriftsteller und hat verschiedene Bücher, unter anderem auch Kinderbücher geschrieben. Das ist sein Metier. Okay, dementsprechend meine Freunde. Ich hoffe, dir das Video hat euch gefallen. Wenn du so bist, Daumen hoch. Gerne mal reinschreiben, mehr solcher Gags am Anfang des Videos. Dann muss ich mir ein bisschen mehr Gedanken noch machen, was ich da präsentieren kann. Also, abonnieren nicht vergessen, da verpasst ihr nichts. Glocke aktivieren, damit muss ich euch nerven, damit es funktioniert. Danke dafür, bis zum nächsten Mal und ciao.